Erneut eine Heimniederlage für die Löwen. Langsam wird's ernst. Nach der 2-3-Pleite gegen Sandhausen am Sonntag herrscht bei vielen Fans Untergangsstimmung. Der Abstieg in die dritte Liga droht. Zehn Spieltage vor dem Saisonende hat der TSV 1860 nur einen Punkt Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Am kommenden Freitag treten die Löwen bei Kreuter Fürth an. Schaut man auf die Auswärtstabelle, so wird deutlich, in der Fremde sind die Münchner stärker. Dort belegen sie den achten Platz. Mit einem Sieg in Fürth könnten sich die Löwen etwas Luft nach unten verschaffen. Andernfalls droht bei einer Niederlage nach dem 25. Spieltag ein direkter Abstiegsplatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017